Hochschulen müssen zentrale Orte der Nachhaltigkeit werden, denn an Hochschulen bilden wir die junge Generation aus in den zentralen Bereichen, in denen dann letztendlich unsere Gesellschaft fortentwickelt wird. Gerade die Uni, wo Leute ausgebildet werden, die später Multiplikatoren sind, die Entscheidungsträger sind, da finde ich, sollte es einfach in jedem Studium, sollte dieser Gedanke, dieser Nachhaltigkeitsgedanke irgendwie eine Rolle spielen.